Gerade die Kinder sind Meister im Bilderanschauen. Ihnen geht kein Detail. Das können sie häufig besser als die Erwachsenen. Die Erwachsenen haben vielleicht mehr Erfahrung oder ein breiteres Wissen. Insofern begegnen sie sich auf Augenhöhe. Das Bilderbuch ist häufig für Kinder einer der ersten Momente, in denen sie mit Kunst in Berührung kommen. Das ist etwas, das man immer wieder anschaut und spannend sieht. Wenn wir uns Zeit nehmen, ein gutes Bilderbuch zu machen, dann finanzieren wir das eigentlich selber. Also explizite Förderungen, die es in der Schweiz nicht gibt. Ich finde es sehr wichtig. Ja, dass auch innovativere Projekte entstehen und mutige Projekte. Und auch mutige Verlage da sind, die sagen, wir wollen das unterstützen. Es braucht wie beide Seiten. Die Zusammenarbeit mit dem Verlag ist häufig über persönlichen Kontakt. Polonia ist für das schon super, weil die ganze Welt dort ist, sich in diesem Bereich betätigt. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020